Hey Leute und willkommen bei einer neuen Folge Tomb Raider. Ja, diesmal geht es ganz normal weiter ohne nachkommentierten Sound. Denn ich habe extra doppelt darauf geachtet, dass meine Soundaufnahme läuft. Und wir sind immer noch hier in den Flammen. Beim letzten Mal konnten wir Sam befreien. Habe ich überhaupt alles nachgeladen? Nein, das sollte ich eben tun. Ja, beim letzten Mal konnten wir Sam befreien, die jedoch dann wieder abhauen musste. Und anscheinend ist dieser Charakter nur dazu da, um immer wieder zu verschwinden und Lara in den Wahnsinn zu treiben. Und warum geschieht hier nichts? Die Musik ist so verheißungsvoll. Aber okay. Achso, das ist jetzt mit dem... Ist es jetzt mit der Schrotflinte? Nein, es ist... Aua, mit dem Granatwerfer. Ja, schön, dass Lara nochmal hinten in die Flammen fällt. Und wir sind wieder auf den Dächern. Da ist sie ja auch schon. Na toll, ich sehe hier gar nichts. Vielleicht sollte ich auch rennen. Ah, hier kann ich mich runterlassen. Ich glaube, ich bleibe mal beim Gewehr. Damit komme ich ja eigentlich recht gut klar. Vielleicht sollte ich auch ein bisschen weiter weggehen. Wenn ich hier den Granatwerfer... Oh, Granatwerfer nutze. Hallo. 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 Okay, die sind tot. Ist der auch tot? Nein, er lebt noch. Der Blödmann. Wie viel kann ich mitnehmen? 15 von den Granaten. Das ist ja nicht so viel. Sollte aber erstmal reichen. Wow. Und die werfen natürlich mit Dynamit. Sollte das anders sein. Oh, Hallöchen. Na, kommt mal runter, Jungs. Weil hier ist es eigentlich ganz cool für mich. Na, komm her. Ich sehe da überhaupt nichts. Ah, wow, wow, wow. Hallo. Wow, wow, wow. Was? Okay, ich bin tot. Na gut. Also, Gewehr. Okay. Den ganzen Kram hier mitnehmen. Ich glaube, ich hatte aber auch keine Möglichkeit, die von hinten zu erledigen. Also von da oben. Kommt, die Granate lassen wir uns nicht entgehen. Okay. Au, au. What? What? Die zünden ja alles an, die Drecksschweine. So, wo seid ihr jetzt? Da. Ah, das ist ein Benzinfass. Okay. Ich würde aber trotzdem gerne die Gegner ein bisschen früher sehen können. Das wäre nicht schlecht. Ah, da oben. Weg, Lara. Weg, weg, weg. Jetzt mache ich den gleichen Fehler wie gerade eben. Ich gehe hier rein. Sehe ich nichts mehr. Ich werfe da einfach mal eine hin. Ah, wow, wow, wow. So, Deckung suchen. Die Outsiderin wehrt sich, ne? Was für ein Wunder. Hätte ja jetzt keiner mit gerechnet, ne? Wie gesagt, ich sehe die Gegner kaum gerade. Das ist ein bisschen schade. Okay. Kommt schon. Schieß. So. Da oben noch jemand? Oh, 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 oh. Lara, geh bitte rein. Geh bitte rein, Lara. Ah. Wow. Kommt schon. Wie viel... Überlebt der denn? Aber das frage ich mich ja ständig. So, es wäre schön, wenn ich die sehen würde. Muss ich mit der Pistole machen. So. Der brennt. Okay, der wird mir nichts mehr anhaben können. Ich würde die gerne von hier töten. Ich möchte da nicht hinlaufen. Vielleicht sollte ich es doch tun. Zumindest erst mal hier oben hin. Da. Komm. Geht doch. So. Es waren trotzdem nicht alle, oder? Okay. Okay. Ich sehe zwar nichts. Ich schieße hier gerade in den Blind. Ich verlasse mich nur auf meinen Fadenkreuz. Die Musik ist immer noch da. Ich gehe davon aus, dass irgendwo noch jemand ist, oder? Habe ich hier vielleicht irgendwas übersehen? Nein. Okay. Kann ich nicht mitnehmen. Das irritiert mich, dass jetzt hier die Musik echt immer noch da ist. Das heißt, hier wird doch noch irgendwo einer sein, oder? Bei dem Regen ist das hier gerade nicht so cool. Was ist denn da oben noch? Hier. Ach so, das wäre... Ah, das wäre ein Fass gewesen. Okay. Das konnte ich nicht mitnehmen. So. Alles nachladen. Auf jeden Fall das Gewehr. Sehr wichtig. Dann gehen wir noch mal ganz kurz hier rein. Kommt ich da oben irgendwie hin? Ich weiß es nicht. Vielleicht von hier irgendwie. Oh, nö. Kommt schon. Ah, wow, 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 wow. Okay, okay. Weg, 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 weg. Laura, weg, weg, weg. Das ist nicht nett mit dem Regen. Das ist absolut nicht nett. Nett. Ich sehe ja gar nichts. Komm, kann man das wegdrücken? Nee, kann man nicht. Ja, ja, sie ist da unten. Was mache ich jetzt? Versuche ich hier erstmal wegzukommen? Weiter nach vorne, oder? Nee, 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 nee. Sinnlos, 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 sinnlos. Sinnlos. Ich habe das Gewehr. Das ist ja schon mal gut. Ich könnte eine Granate dahin werfen, aber... Toll. Ich sehe ja nicht mal was. Und der trifft ja sofort, der Kerl. Lauf, Laura, lauf, lauf. Oh, lauf, 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 lauf. Wird auch nix. Wird auch nix. Mann, wie unfair ist denn das, bitte? Shit. Was mache ich denn jetzt? Ja, genau. Noch mehr Wasser. Ich muss, ich... Oh Gott, lauf, lauf, lauf. Ich muss da hin. Ich muss dort irgendwie hin. Da hinten ist auch noch einer. Da läuft sie. Ja, klar, sie läuft hier. Okay, da oben ist so ein Seil. Aber das bringt mir nichts. Wie komme ich denn am geschicktesten... Nee, nee, nee. Das mit den Granaten hier ist einfach nur scheiße. Lauf, Laura, lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Wo? Wo? Zur Seite, zur Seite. Das hier stresst mich gerade. Oh Gott. Das stresst mich gerade wirklich. Ah! Bleib unten. Bleib unten, bleib unten. Scheiß mal gerade auf das Bergungsgut da vorne. Alter, jetzt schießt der hier durch, oder was? Ah! Ja, Granatwerfer, ihr seid witzig. Wohin denn? Ja, geil. Geil! Hm, genau. Scheiße. Nach oben. Nach oben. Ah, Laura, mach doch irgendwas. Äh, hallo, gehst du bitte runter? Ja, Granatwerfer. Toll, ich weiß nur... Ich weiß nur nicht, wohin. Das bringt doch nichts. Was? Zum Teufel. Warte, 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 warte. Ja, Granatwerfer, wohin denn? Ich hab's doch jetzt schon hundertmal ausprobiert. Ja, es geht ja nicht. Dankeschön. Meine Güte. Schwere Geburt mit mir. Lara, Lara, kletter rüber. Na los! Lauf zu Ross. Ich komm nach. Und Sam steigt nicht in den Helikopter. Vertrau mir einfach. Bitte, vertrau mir. Geh! Entkommen sie aus dem Lager der Solari. Ja, die Lara lernt anscheinend auch nicht daraus. Und weiß anscheinend immer noch nicht, dass die Sam jemand ist, der grundsätzlich immer verschwindet. Ich hätte sie jetzt nicht alleine gelassen. Ich hätte jetzt gesagt, und du wartest hier, bis ich bei dir bin. Aber okay. Gut, wir kommen anscheinend nicht mehr zurück. Achso, da kann ich mich gar nicht festhalten. Es wäre echt nett, wenn der Regen hier aufhören würde. Das ist ein wenig irritierend. Ja, ne, ist klar. Hm, ja, schön. Ja, ja, genau, ja. Ich hab hier auch die super Möglichkeiten, eben zu schauen, wo es weitergeht. Okay, und rüber. Oben. Alles klar, dann vereine dich mal. Und das Ganze hier während des Gewitters. Was? Lauf! Das hat beim ersten Mal funktioniert. Was ist da los? Okay, erklimmen Sie den Turm. Ist hier sonst noch irgendwas? Nein. Okay, dann direkt nach oben. Das ist jetzt mal wieder eine heftig actionreiche Passage hier. Ich glaub, wir müssen hier lang. Ja, genau. Ist klar. Ich laufe einfach nach vorne und drücke springen. Das passt schon in den meisten Fällen. Komm. Ja, ich finde es gerade wirklich ein bisschen übertrieben hier. Wenn ich das mal so sagen darf. Oh, balancieren. Komm, Lara, nach oben, nach oben. Und weiter nach oben. Und, oh oh, rüber. Komm schon. Hoch. Also, es ist richtig geil gemacht, aber übertrieben. Roth! Roth! Wo bist du? Ich bin hier. Na los, spring! Du schaffst das! Ah! Ah! Okay, lauf, 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 lauf. Lara, nimm meine Hand! So geht's. Roth, wir müssen landen. Wir müssen landen oder der Sturm bringt uns zum Abschluss. Wir können nicht weg. Wir können sie nicht zurücklassen. Wir müssen landen. Keine Chance. Zieh mal nach draußen. Wir können sie nicht zurücklassen. Ich hab's kaum bisher hergeschafft. Runter! Er fängt auseinander. Er fängt auseinander. Na los! Scheiße! Sie sind verriegt! Es geht los! Ich bin weg. Ah! 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 Vielen Dank.